Wenn man nichts tut, dann trägt man auch die Verantwortung dafür, dass sich nichts ändert. Christine Bergmann, die heute als Bildungsbotschafterin der Didakta 2012 geehrt wurde, sprach klare Worte. Ausgezeichnet wurde sie für ihr außergewöhnliches Engagement als unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmessbrauchs. Meine Botschaft ist, schaut hin, denkt nicht, dass das Thema jetzt, weil wir uns eine Weile damit beschäftigt haben, vergangen ist, sondern es ist ein sehr aktuelles Thema, es muss sehr viel umgesetzt werden. Jede Einrichtung, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss wissen, wie sie mit dem Thema umgeht, muss wissen, wie man mit Verdachtsfällen umgeht, muss sich Fortbildung holen, muss in die Ausbildung investieren, damit wir Kinder in Zukunft besser schützen können. Mehr als 3000 Erzieherinnen nutzten die Didakta für ihre persönliche Weiterbildung. In Workshops, Vorträgen und Diskussionen ging es um die aktuellen Anforderungen an diesen Beruf. Es gibt wirklich zwei große Richtungen hier bei uns in Deutschland. Die einen sagen, mach noch viel, viel mehr. Da gibt es ja dieses Wort, Bildungsfenster müssen gefüllt werden. Und dann gibt es aber eine Gegenrichtung aus der Hirnforschung oder auch der Bindungsforschung, die einfach das sagt im Sinne von weniger ist mehr. Und das ist eine Herausforderung, wo dann die Fachkräfte sagen müssen, ich muss die Entscheidung treffen, bin ich auf der Seite von Kindern mit dem, was Kinder brauchen, oder bin ich bei dem, was Eltern wollen. Mangelnde Ausbildungsreife ist ein gern zitierter Begriff. Doch was steckt dahinter? Das wollten die Teilnehmer der gleichnamigen Podiumsdiskussion klären. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, wie heute in den Betrieben gearbeitet wird. Eben sehr viel mehr als früher in Teams, sehr viel mehr eigenverantwortlich. Dort werden eben andere Kompetenzen als noch vor einigen Jahren erwartet. Wesentliche Voraussetzung und für eine zielgerichtete Berufswahl ist aus meiner Sicht, dass die Berufsorientierung im allgemeinbildenden Bereich so konsequent durchgeführt wird, dass Schülerinnen und Schüler beim Übergang der Schwelle von der allgemeinbildenden Schule in den Beruf wissen, was sie tun. Allgegenwärtig auf der Messe ist das Thema Inklusion, in politischen Diskussionen und in speziellen Weiterbildungsangeboten. Das schlägt sich auch in den Schulbüchern nieder. Inzwischen kann man sagen, in jedem Autorenteam und in so einem Werk stehen 20, 30 Autorinnen und Autoren, stecken inzwischen überall Leute hinter, die aus dem Inklusionsthema kommen. Ich glaube, das sind wir aus einem sehr guten Weg.